Willkommen auf der FIBO! Willkommen beim Rocker-Stand! Wer sind wir? Wir sind athletic Nerds und zwar haben wir einen YouTube-Channel. Wir betreiben Fitness und Schwachsinn, würde ich sagen. Fitness verpackt mit Infotainment. Ja, wir wollten auch mal ein paar Worte, ein gutes Feedback über Titan abliefern und zwar hat es uns extrem gefreut, dass wir einer der wenigen Stände sind, die eine Plattform haben zum Trainieren und ich denke, der Titan-Turm. Ja, das Geniale an dem Ding ist, wir kennen das ja schon aus Julians Büro und dadurch, dass wir so wenig Platz haben, haben wir halt mit dem Gerät wirklich die beste Wahl, also haben wir das Beste, was wir überhaupt uns vorstellen könnten, weil wir eben so viele Funktionen haben. Wir können wirklich rund um alle Partien trainieren. Genau, die wir wollen. Das Ding ist individuell einsetzbar, verstellbar und... Ja, das ist auch das Krasse. Ich hätte niemals gedacht, dass wir wirklich... Ist das nicht? Okay, ja, wäre schon geil, wenn wir da irgendwie unser Workout durchziehen könnten und dann meinten wir schon, das wird nicht möglich sein, weil wir nicht alles irgendwie nicht bedienen können. Aber du hast hier wirklich alle Auswahlmöglichkeiten, Banken, sogar Beinpresse. Das war krass, als ich das gesehen habe, dass wir sogar Beinpresse machen. Genau, deswegen geben wir von der Skala von 1 bis 10 die mindestens 500. Und deshalb, bis auf jeden Fall, bis auf jeden Fall wieder ein bisschen runter! Und dann haben wir die Mengenzeuge mit dem Video in der Skala von 10, bis bis zu 10, 7 bis 10 Elektronen, der in der Skala von 10, 15.000 Uhr. Und dann haben wir schon mal ein bisschen nach vorgestellt in uns im Kalten mit der Skala von 100, 15.000 Euro. Und dann haben wir jetzt schon mal eine Schale, die wir jetzt sagen, dass wir das in dieser Fall haben. Das hat es nicht alles gut. Vielen Dank. Ich bin der Victor aus Vicky's Kitchen. Ich habe 40 Kilo mit der Hilfe von Krafttraining und Ernährung abgenommen. Und ja, jetzt hat ich hier an der FIBE die Möglichkeit, an der Titan-Maschine hier zu trainieren. Ich bin extrem begeistert und der nächste Schritt wäre wohl so, dass ich mir mein eigenes Home Gym damit aufbaue. Ich bin der Victor aus Vicky's Kitchen. 2016 FIBE Titan T1X am Start. Dank der Option Pitox for Titan kann ich auch hier ein Ast rein, mein Push-Worker durchziehen. Ich bin der Victor aus Vicky's Kitchen. Also momentan trainiert ich im Fitnessstudio, würde aber gerne auf eine Option für zu Hause zugreifen können. Und dafür ist das Gerät perfekt geeignet. Ich würde sehr gerne eins haben und ich werde mir auch eins besorgen. Ich bin der Victor aus Vicky's Kitchen. Ich bin der Victor aus Vicky's Kitchen. Ja, ich bin Wenke, ich bin jetzt das zweite Jahr mit Rockern und inzwischen auf der FIBO und trainiere auch schon zum zweiten Mal mit der schönen Titan und ich bin super begeistert. Man kann damit Oberkörper trainieren, Unterkörper trainieren, Push, Pull, alles mögliche, Training, Blitz. Man kann genau das trainieren, was man auch im Fitnessstudio trainieren kann, weil das Gerät einfach total flexibel ist, mit vielen Gerichten, man kann das Gewicht schnell reduzieren, schnell erhöhen. Alles in allem könnte ich eigentlich zu der Maschine nur sagen, dass es mega genial ist, ich könnte meinen Oberkörper, mein Unterkörpertraining, alles daran absolvieren, ist gar kein Problem. Also ich finde das Teil einfach unbeschreiblich geil und es gibt keinen Homegym, an dem man auch Beine so gut trainieren kann wie an diesem. Mega geil! Es ist einfach perfekt für zu Hause, perfekt.